Also alle Lieder, die wir singen, sind in russischer Sprache und ich werde kurz zusammenfassen, was das erste Lied von uns ist. Also das erste Lied heißt, auf Deutsch übersetzt, nur in Jesus bin ich glücklich und ja, wir sind glücklich, weil Jesus unser Freund ist und ein größerer Freund als Jesus kann es gar nicht geben und seine Liebe, die zu uns hält, kann man gar nicht in Worte passen, das muss man selber erleben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aplausos 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 Aplausos